Pro Hominé. Wir bieten Lebensqualität im Alter. Einfühlsam und kompetent. Ein neues Zuhause in Geborgenheit und Sicherheit für alte und hilfsbedürftige Menschen. Das finden Sie in unseren neuen Seniorenheimen entlang des unteren Niederrheins. In Wesel, Förde, Rees und Emmerich mit insgesamt 680 Bewohnern. Sie erhalten individuelle Versorgung, Betreuung und Pflege durch ausgebildete Mitarbeiter. In der Altenpflege, in der Therapie und in anderen Fachbereichen. Die Leitziele unserer Pflege sind, dem alten Menschen ein Leben in Gesundheit zu bieten, in geistiger und körperlicher Fitness, mit einer Betreuung und Förderung nach den persönlichen Möglichkeiten, ihm Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Gemeinschaft zu schenken. In ihren Senioreneinrichtungen bietet die Pro Hominé vielseitige Einzel- und Gruppenangebote für alte Menschen. Unterhaltung und Kultur, Förderung der Kreativität, religiöse Angebote, Therapie und Rehabilitation sowie spezielle Einzelbetreuung. Pro Hominé. Wir betreuen und pflegen im Alter. Ja.